Ich wünsche dir, wir wünschen dir ein gesegnetes Weihnachtsfest, göttliches Licht und heilende Wärme für dich, für euch. Ganz tief drin im Innersten deines Seins sei erleuchtet. Eine Zeit voll Licht und voller Segen. Wo immer du bist, rundherum sei es licht und hell. Und wo immer du dich bewegst im neuen Jahr, Engel seien an deiner Seite, um dich zu behüten. Und wisse, dass es immer wieder Orte des Lichtes gibt, wie hier in der Kollegienkirche in Salzburg. Wenn es an der Zeit ist, herzlich willkommen an diesem heiligen Ort. Bleib im Licht, gesegnete Weihnachten und das Licht des neuen Jahres für dich, für euch. Wir sehen uns gleich. Vielen Dank.